Warum hat er jetzt so eine komische Haube auf? Was habe ich verpasst? Geil! Warum müssen wir dann da wieder sitzen? Die Transformation zwischen den alten Macs und den neuen Macs. Insofern. Antwort auf eine Frage, bitte. Frisst Rek und Krepier oder Fick dich? Sind beides sehr, sehr schöne Sätze, die man ihnen echt vorwerfen kann. Und wir machen mal das hier. Echt Scheiße und sterben! Gute Antwort. Gute Antwort. Boah, ey. Wenn ich dich in die Finger bekomme. Ja, zu Recht. Entschuldigung, ich habe alle deine Sachen verbrannt. Ich wurde ein bisschen verbrannt. Scheiße. Er verbrannt meine Diary. Deswegen. Ja, toll. Es ist besonders, weil du von Nerd zu Hero in einem Wochenende entwickelt hast. Es ist etwas... ...weirdes, was mit dir passiert ist. Na, du weißt gar nichts. Woah. Siehst du, wie verrückt es draußen ist? Hm. Wie ich gesagt habe... ...deswegen sind wir wieder an der Anfangszene, weil er das Tagebuch verbrannt hat. Geil. Einfach nur geil. Nichts. Da zieh dich aus meinem Gesicht. Oh. Max. Es ist ein Ehre, dass du mit dir in diesen finalen Sessions arbeiten. Ich hoffe, diese Bilder werden für das, was sie wirklich kaputtieren. Verzieh dich aus meinem Gesicht. Du kannst mich überlechen. Zumindest... Das ist die letzte Lektion, die du von mir auszuhören müsstest. Und ich versuche dir... ...nein mehr Nussbläden. Mr. Jefferson. Bitte. Nicht das tun. Du wirst nicht wissen, was passiert. Sch-sch-sch-sch-sch. Schuhe. Schuhe, Max. Oh, das ist die Trailer-Szene. Das ist die Szene vom Trailer. Please don't do this. Und dann mit der Spritze. Das kann ich machen. Ich kann nichts machen. What? Geil. Als ob dieser Jefferson... No, David. No. Jesus. David Madsen. Er ist kalt. Gut. Aber... Ich habe immer das fascistische F***. Wow. Das hat jeder in Blackwell getan. Right, Max? Okay. Rufen wir jetzt schon mal zurück. Rufen wir jetzt schon mal zurück. Okay, jetzt müssen wir ganz schlau überlegen. Okay. Licht ausmachen. Ein letztes Foto. Etwas Wasser. Ah, er soll die Geräusche nicht hören. Etwas Musik spielen. Could you please at least play some music? So I can drift away? Even at the end, you're still a dreamer, Max. It's a nice treat. Alter, was ist das denn für schreckliche Musik? Aber okay. Wirklich ist es erstmal etwas. Was ist das denn für euch? Ein bisschen ein bisschen krass. I'm a little bit crazy. But I've ridged Sean. Gonna stay screwy instead. And I'm a little bit kuckuckuckuckuckuckuckus. Hold it. Ricch. Warum war das jetzt? No way, Jefferson. Warte. Ich kann auch da stehen bleiben. Ich will erst mal gucken, was jetzt hier passiert. Kann ich was machen? Okay, da kann ich nichts machen. Okay. Das ist falsch. Vielleicht dann doch Licht ausmachen? Dann glaube ich Licht ausmachen, weil Wasser oder so macht keinen Sinn. Achso, ja, ich rufe mir vor. Ich möchte gerne das Licht ausmachen. Ich glaube, das ist etwas schlecht, aber ich bin mir gerade nicht sicher, was ich machen muss. Es sieht aber richtig aus, weil das ist jetzt, obwohl, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was richtig, was falsch ist. Weil jetzt steht er auch anders. Wow. Okay, warte. Ich rufe mir zu. Was können wir machen? Wow. Die Frage ist... Ist das doch nicht das Richtige? Hm. Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Also wir haben jetzt gesagt, Licht ausmachen und Musik spielen. Okay. Ein letztes Foto. Versuchen wir es mal damit. Und das dümmste ist Wasser. Okay. Hoffentlich ist das richtig. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Oh, lol. Wait. Really? Lol. Lol. Seht ihr, ich wusste, man kann davon ein Foto machen. Ich konnte es aber nicht. Das regt mich gerade jetzt schon ein bisschen auf. Okay. Warum zeigen die uns die Kamera? Was ist dafür wichtig? Oder was ist... Ist das wichtig? Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Jetzt kann ich wieder theoretisch zurückspüren. Aber ich weiß nicht, was passiert. Kann ich ihn wieder warnen? Okay. Ich würde gerne zurückspulen. Echt? Das ist falsch? Lol. Das war echt falsch, wenn ich ihm warne, dass da eine Waffe ist. Willst du mich verarschen spielen? Wow. Das ist auch falsch. Alter. Was ist denn jetzt richtig? Ich habe keine Ahnung. Warte. So. Ernsthaft. Ernsthaft. Was ist denn jetzt richtig? Spiel. Ich habe gerade null Ahnung, was richtig ist. Es ist vorbei. David. David. Kick that table. Yes, sir. Wow. David Madsen. I always hated that. Jefferson. Es ist vorbei. Ah. Ja. Oh. Danke. Oh, wenigstens. Oh, leck mich doch, Herr Marsch. Are you okay? Are you okay? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. Oh, thank you. You brought me here. Heavy habe ich ihn jetzt daher geholt. Let's wrap up this son of a bitch first. He won't be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson. Now it's your turn to be captured in a moment. I could have a photo for him. Save Chloe. He burned everything. Ja. Including all of my photos. Ähm. Warren. Warren. Yes. LOL. Gleichzeitig. I can use that picture he took of us. Shit. No signal. Thanks, Mr. Jefferson. But you won't need this anymore. Das stimmt allerdings. Das braucht er nicht mehr. Kann ich jetzt so gehen? Jetzt so. No. Warte. Warte. Ja. Wow. Chloe. Frank. Ich hoffe, sie hält mich auf den Offen und kommt später vorbei, wenn du fahren willst. Viel Glück. Joyce. Max. Hast du Chloe gesehen? Sie ist nicht hier und geht nicht an Sandy. Wenn du warst, sag mir bitte, dann kann ich sie in Ruhe lassen. Sag mir bitte, ob du diese Nachrichten bekommst. Bitte, Max. Du jetzt. Hallo? Fragezeichen. Was ist denn? Was mache ich? Frank Nason. Erkennt ihn. Mama. Eine Pflanze war schon stressig genug. Zurück an die Bücher. Bis bald. Nathan. Macht euch bereit. Werben, ihr Bitches. Schlamm fasst, meine Tyruiniert, dein Stipendium ist Geschichte. Richard Marsch. Ja, das kennen wir. Victoria. Warren. Und du für dich. Sorry. Okay. Dann haben wir noch. Ach, nö. Und Papa. Okay. Erstmal. Erstmal reden wir mit David. Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was going to kill me. You got here just in time. I'm glad. I always suspected that son of a bitch. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It was part of his sick plans. Well, you still had the right idea to tell the principal that Jefferson acted shady around Kate Marsh. Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. I feel like I helped push her off that roof. Das ist nicht ihre Schuld. Don't blame yourself. Nathan and Jefferson are the ones who put her up there. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only... I wasn't so stupid. No. I should have told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. I put the school in danger. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys as well. You had each other. They learned we are a great team. Hmm. Yeah, do it always. We are a great team. That's one of my problems. I'm not good at teamwork. Never was. Even in the service. I can't even imagine what you went through. I'm not going to make any excuse. I'm not going to make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but... I wasn't so great. I tried to be a good father, too. But... You saw how that went. Hmm... You tried. It's obvious you care. Even if your methods are... Fucked up. I know. I'm glad I stood up for you. I try not to use my service as an excuse, but... It's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe. Is she... She would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. And I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but... Maybe she'll stop calling me step-douche. So, where is Chloe? Oh, oh. Ja, scheiße. Was... Das Ding ist... Es bringt nichts, ihm zu sagen, weil die Zeit verändert wir sowieso nochmal. Deswegen war halt verheimlichen. Das ist eigentlich... Oh, thank God. For once, I'm happy Chloe's a stoner. David, I have to go outside and get some real air. And use my phone. Of course. Go on, Max. You're a brave soldier. I'm glad Chloe has a best friend like you. Go on now. You've seen enough of this room. Okay. Okay. Let's see what kind of photo evidence you shit all over this computer. Das ist gut, David. Achso, great. Dann gehen wir mal. So, machen wir uns jetzt mal auf den Weg zu Warren. Da weiß ich noch, wo er sich auffällt. Nämlich im Diner. Im Two Whales Diner. Ja. Holy shit. This storm is real. I need to find Warren. Yes. Warren. Can you hear me? Max. Yeah. Never mind. Listen. Do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah. Why? It wasn't that great a shot. Ciao. Yes, it is. And I want it. Where are you? I'm at the Two Whales Diner. Pretty much trapped in here with Joyce thinks this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on. That's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max. Stay wherever you are. I don't think the storm's getting smaller. I'm kind of scared. It's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. Just hold on. Shh. Okay. So, let's do it. Alles klar. Mission. Aufbrechen. Photo resorgen. Und... Das hoffentlich letzte Mal in der Zeit zurückreisen. Ich weiß es nicht mehr, wie oft. Oder wie oft nicht. Oh, Gott. Ich habe gesagt, ich glaube, Limbo hat euch vor Jahren verbreitet, dass unsere Kultur von Sinnen und Entiteln, das würde Gott uns anstrengen, bringen würde, und ich bin derjenige, in dieser fucking Radiostation. Ich bin derjenige, der mich jetzt aus der Hölle aus der Hölle aus der Hölle aus der Hölle. Jetzt, Gott, ich will all diese Taxis machen. Okay. Hey, warum klingelt das jetzt so sehr nervig? Gestern? Max, es ist Nathan. Ich wollte nur sagen, ich bin sorry. Ich wollte nicht Kate oder Rachel oder ich wollte niemanden. Jeder, hilf mich! Herr Jefferson, er kommt für mich jetzt. All diese Scheiße wird bald vorbei. Schau, Max. Er will dich zuhören. Sorry. Er bereut. Aber man bekommt schon so eine Gänsehaut. Und es ist die letzte Episode, also vor allem das Ende. Ich will gar nicht das Spiel zu Ende spielen. Ich möchte diese letzte Entscheidung nicht machen. Ich möchte es nicht. Alter, Autos aufgespießt. Häuser zerstört. Menschen verletzt. Alter. Oh mein Gott. Ja. Das schreckt mal aus. Geht's nicht weiter. Ja. Das schreckt mal aus. Nein. Ja.